Hallo, meine liebe Top-Familie und herzlich willkommen zur letzten Folge Willa der Liebe 365 Tage. Rest in Peace heißt diese Folge. Die letzte Folge dieser Serie, dieser Staffel von Willa der Liebe. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Ich habe keine Ahnung. Letztes Mal höre ich jetzt den Intro-Song. Ich werde noch herausfinden, wie dieser Song heißt. Ich werde das noch herausfinden. Ich bin jetzt sehr gespannt, was passiert hier jetzt alles. Und dieser blöde Leonard ist auch wieder da. Okay, ich würde sagen, zwölf Minuten geht die Folge auch nur. Also eigentlich nicht so lange. Wir können das auf keinen Fall machen. Wir dürfen die Mädchen nicht freilassen. Das ist das Sekret, das wir brauchen, um Becca das Leben auszuhauen. Oh nein, Stella. Das ist Sekret. Die Vollidioten haben es mitgenommen. Einer von ihnen wird ihn nicht verrecken. Möge Gott uns beschuldigen. Weil eigentlich kann man schon so prognostizieren, wer. Tatsächlich kann man jetzt prognostizieren, wer. Jemand von der rechten Seite. Weil auf der anderen Seite saß Greta und Greta und Janine haben die Gläser genommen. Wir saßen jetzt aber nochmal alles rechts. Ich hoffe, man sieht gleich nochmal das Bild. Können wir tatsächlich die Hälfte ausschließen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was passiert. Ich bin jetzt sehr gespannt. Vielleicht sehen wir nochmal ein Bild am Tisch. Ich will ausschließen. Ich will ausschließen, Leute. Sagt mir den Tisch. Okay. Entweder stirbt N, Neo, Janine oder Becca. Einer dieser vier stirbt. Freunde, ich habe ein paar Worte an euch zu richten. Darf ich mal bitte kurz eure Aufmerksamkeit? Ich und ich hoffe auch ihr habt in dieser Zeit sehr viel gelernt. Ich persönlich habe ziemlich viel über die Liebe gelernt. Ja, drei Tage. Die Liebe ist weder erkäuflich noch erzwingbar. Die Liebe ist ein wunderschönes Gefühl. Die Liebe ist toll. Die Liebe ist emotional. Liebe ist etwas zu tun. Oh oh, irgendwas passiert jetzt. Wenn sich zwei Menschen gefunden haben und füreinander geschaffen sind, dann ist es lieb. Und nicht, wenn man sie einspägt. Aus diesem Grund habe ich natürlich in Absprache mit meinen Kollegen mich dafür entschieden, dieses Experiment endgültig abzubrechen. Es gibt keine Führungen mehr und ihr dürft nach Hause gehen. Janine, steht das gleich noch mit dem Treffen? Ja, ja, klar, ja. Was war das vorhin? Was meinst du? Ich war dein Hetero-Alibi. Aber warum? Oh Mann, als euch von meinem Mannschaftskapitän zugeben, kann das nicht schwirgeln. Aber Ben... Ah, deswegen will ich mich outen. Mach dich doch nicht zu einem schlechteren Fußballspieler. Oder einem schlechteren Menschen. Wie haben denn Alex, Neo und Maximus drauf reagiert? Oh, normal halt. Ja, siehst du, das ist es doch. Völlig normal. Ja. Was man dabei aber nicht vergessen darf, und das habe ich ja auch schon in den letzten Folgen so gesagt, es kommt immer so ganz auf so Situationen an und vom Umfeld her. So familiär und so, ey, die reagieren gelassen. Also so von wegen, meine Tochter, mein Sohn ist lesbisch oder schwul. Ey, wir nehmen dich in den Arm, alles gut. Du brauchst davor keine Angst zu haben und wir lieben dich immer noch so. Vollkommen klar. Aber das Umfeld macht es. Wie reagieren Arbeitskollegen darauf? Und vor allem, wie ist es im Sportbereich? Und gerade im Fußballbereich ist es so, wo halt reine Jungs oder reine Frauenmannschaften sind. Und wenn man sich dann als homosexuell outet, als Beispiel, würde sich jetzt auf einmal, wir alle wissen, dass der nicht homosexuell ist, aber würde sich jetzt irgendwie ein Manuel Neuer als homosexuell outen. So. Das würde ihn jetzt nicht zu einem schlechteren Torwart machen, aber es macht insgesamt was mit der Mannschaft. Das ist das Ding. So wie damals bei Thomas Hitzelsberger, wo er sich auch geoutet hat, aber nachdem er seine Karriere beendet hat. Und da gab es auch noch, sage ich mal, so Gegenwind. Deswegen kann ich ihn da vollkommen verstehen. In dieser Hinsicht. Dass er sich vor den anderen Dreien geoutet hat, vor Neo, vor Maximus, vor Ben. Nee, erst Ben. Vor Alex. Genau. Die haben gelassen reagiert. So, aber wie würde, würden deine Mannschaftskollegen auf Fußball reagieren? Würden dann sagen, zieh dich woanders um. Ich will, also zumindest manche. Manche würden sagen, ey, alles gut. Manche würden aber vielleicht sagen, zieh dich bitte woanders um. Das kann man nicht sagen. Das ist das Ding. Also, steh zu dir und akzeptier dich selber. Ich kann ihn ein bisschen verstehen. Aber ich kann auch natürlich den Ansatz verstehen, sei ehrlich. Genau das werde ich jetzt machen, okay? Greta? Nein. Also ich kann ihn wirklich überhaupt nicht aufstehen. Vermutlich hat er mir die ganze Zeit noch was vorgespielt. Ich bin heute Nachmittag hier raus und dann wird er nie wieder was von mir hören. Ja. Nee. Wie ich schon gesagt habe, ich habe echt versucht, ihm wieder eine Chance zu geben. Aber mein Vater, der kann nicht mal in seiner Vaterrolle überhaupt aufgehen. Gar nichts. Also, ich weiß nicht. Dieser Dreckskelb braucht sich nicht mehr bei mir melden. Nur weil er mein Erzeuger ist, muss ich ihm nicht jedes Mal eine neue Chance geben. Nein, der fahrt schon. Er ist vier Tage lang nicht am Handy und er hat sich kein einziges Mal bei mir gemeldet. Ja. Nee. Nein. Warum muss es immer diese Szenen geben? Die regen mich immer so auf. Wir hatten schon vorhin auch einmal so eine Szene. Vorhin. Für euch. Keine Ahnung. Wie viele Wochen her. Für mich erhebend. Oh, regt mich das auf. Es gibt immer diese Szenen. Man kriegt das mit, was man nicht mitkriegen will. Und man kriegt nicht das mit, was man eigentlich hören sollte. Das regt mich auf. Das regt mich in Rage, ey. Mein Gott, ey. Und er denkt jetzt, er ist gemeint. Wehe, er ist betroffen. Wehe, er ist von dem Gift betroffen. Tage erlebt haben. Das glaubst du mir gar nicht. Das ist was ganz Besonderes. Oh nein. Io, du verstehst das falsch. Ich bin stolz auf das, was du gesagt hast. Du bist doch nicht so ein übler Typ. Jetzt hatte er das Gift. Das fühlt sich irgendwie komischer. Oder hat sie ihn vergiftet? Was zieht denn da für Lacklederschuhe an? Geil. Ja, wow, mit einer Gabel noch. Heute können wir unseren Plan ein für alle mal wenden. Wir können sie endlich umrein. Du sag mal. Was hättest du eigentlich davon, wenn wir nicht nur Bäcker töten, sondern auch Maximus? Das dumme Schwein ist ein doppeltes Geld. What the fuck? Okay, okay. Halt mal zu, okay? Wenn ihr doch einfach versucht, jemanden zu verletzen, dann bringe ich euch um. Ihr seid Agenten. Ich geb dir die Gabel. Was ist der Fall? Was ist der Fall? Ihr seid doch Agenten. Ihr müsst doch kämpfen können. What the fuck, Leute? Du schon wieder? Ich schieße dir den Kopf weg, wenn du dich nicht endlich verpisst. Gern geschehen. Gern geschehen. Eigentlich hat er dir ja sogar das Leben gerettet, muss man sagen. Keine Ahnung, auf welcher Seite ich bin irgendwie. Ach, ein Vogelchen. Ach, wie niedlich. Ein Vogelchen. Janine. Janine. Ja, und wo ist sie? Ich glaub nicht, dass die noch kommt. Oh oh. Hm. Was das wohl bedeuten mag. Eventuell, wenn du vielleicht auf mich stehst? Äh, äh. Fangen wir ehrlich zu dir selbst. Ey, das muss dir nicht peinlich sein. Das ist alles in Ordnung. Ey, versuch mal einzuatmen. Atme tief ein. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Alles okay. Aber das können ja nicht alle. Maximus. Jetzt Luis. Jetzt gleich hier Ben. Das macht keinen Sinn. Ich bin schwul. Ja. Das wusste ich doch schon längst, Mensch. Hey, Lennart. Ja? Alles cool? Äh, nee. Ähm, kann ich dir vielleicht kurz was sagen? Klar. Äh, ich bin schwul. Und? Willst du mich jetzt nicht auslachen oder mich aus dem Tier werfen oder so? Hör mal, ich wurde gerade fast umgebracht. Das ist spektakulär. Mach's gut. So, gut. Ist doch schön. Der hat gelassen reagiert. Aber wer weiß, ob alle anderen so reagieren. Ist ja auch immer eine Sache. Jetzt er auch. Er auch. Okay. Ganz kurze Analyse. So. Er kann es eigentlich nicht sein. Äh, Luis. Weil Luis saß nicht auf der Seite. So. Leo würde Sinn machen. Ja, eigentlich nur Leo. Nein, nicht Leo. Nicht Leo. Nein, er war auch auf dem Thumbnail. Nein, nicht Leo. Nicht Leo. Nicht Leo. Nicht Leo. Nicht Leo. Aber eigentlich möchte ich, dass keiner stimmt. Aber irgendjemand stirbt safe. Weil es können ja jetzt nicht mehrere vergiftet sein. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Braucht das Asthma-Spray in meiner Tasche. Okay, das war klar. Was er es nicht ist. Oh, dieses Asthma ist so unkalkulierbar. Ja, war es mir klar. Naja. Oh nein, es ist Neo, oder? Nein. Nein, 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 nein. Ach. Ach. Komm. Alles gut? Ja, ich habe mir vermutlich nur einen Zug geholt. Wir hatten ja gestern Abend das Fenster auf, als es ziemlich heiß wurde. Ich glaube übrigens schon, dass wir uns nochmal sehen werden. Vielleicht komme ich ja mal deine Eltern besuchen. Das wird mich natürlich freuen. Komm her. Oh. Nein, nicht Neo. Weil er ist es auch nicht. Ben, mein Gott. Hey. Mach auf. Hey. Ben. Hey. 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 Warte, 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 warte. Oh nein, ich habe gerade so einen Unbuten schon gedacht. Oh. Alles gut? Ja. Ich denke schon. Also was passiert dir doch sonst nicht? Also so ein Fußballspiel ist das eine, ne? Aber so den größten Ball, das ja das Leben sucht, wäre anscheinend das andere. Also guck mal, die vier waren es nicht. Wenn ich mich jetzt nochmal zurückerinnere, wer ist das Anna auf der rechten Seite? Da saß Becker. Da saß, ähm. Ah, ich vergesse immer ihren Namen von Dania. Äh, Jardine. So. Dann saß da Neo. Wer saß da noch? Warte, ich gehe mal kurz die Liste mal hinten durch. Wer saß da noch? Warte mal. Das links. Das links. Das links. Das links. Warte, wen habe ich jetzt vergessen? Warte mal. Wer saß da jetzt nochmal? Safe links. Luizel saß links. Maximus saß links. Alex. Nee, er saß auch noch rechts. Wenn ich mich... Ich weiß es nicht mehr. Aber nein. Nein, 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 nein. Na gut, das glaube ich. Ich habe gerade so einen ungutes Schuss. Aufsache, du bist am Samstag wieder fit. Scheiße. Soll ich den Wasser holen? Ach, das ist ja geil. Nein, 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 nein. Was ist passiert? Oh, ich schaue. Warum muss der genau an diesem Punkt Werbung kommen? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Dann, auch nur mit diesem Gefühl, dass er denkt, dass... Mein Gott, jetzt Greta, mein Gott, auf den letzten Metern hier vergesse ich auch noch den Namen, egal. Ähm... Er denkt, dass Greta irgendwie nichts von ihm will. Dabei hat sie über den Vater, über ihren Vater gesprochen. Was ist passiert? Du musst mir gar nichts mehr vormachen. Was geht hier vor? Du bist die größte Enttäuschung. Du konntest nur auf dich reinfallen. Nein, 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 nein. Sie? Hä? Sie sagst doch gar nicht. Rechts. Aber wie konnte ich dich wohl lieben? Niemand liebt dich. Haben Sie sie das Glas? Das ist ja... beide? Reda, wie konntest du nur? Oh nein. Alter, ist das gerade traurig. Boah. Und dann dieses Lied. Wie hatte das Glas? Ich dachte erst eher... Echt? So ein Ende? Willst du mich verarschen? Okay, aber es ist nur eine Minute zu sehen. Irgendwas passiert noch. Ach du, du weißt doch, dass ich nur dich will. Aber ich denke generell, wir sollten ein neues Leben beginnen. Ohne Morde. Was denkst du? Ohne Morde? Ja, vielleicht ist es ein Versuch wert. Auf das Leben und auf die Liebe. Und auf uns. Irgendwas passiert doch jetzt. So kann Liebe sehr wohl funktionieren. 365 Tage. Gib mir 365 Tage, bis ich mit den beiden in einer Dreiecksbeziehung bin. Bis ich mit den beiden in einer Dreiecksbeziehung bin. Oh, aber ist das traurig. Sie stirbt und er mit der Gewissheit, dass sie nichts von ihm wollte. Dabei war es nicht so und sie hat nur von ihrem Vater gesprochen am Telefon. Ey, aber tolle Serie. Mit einem offenen Ende hätte ich mir so ein etwas geschlosseneres Ende. Hätte mir mehr gefallen, so wie in Staffel 1 oder 2. Also Staffel 1 und 2 waren so mehr diese etwas geschlosseneren... Alter, ich kann kein Deutsch. Aber war mehr so ein geschlossenes Ende, als jetzt hier in Staffel 3. Das ist so ein bisschen schade. Ansonsten war es eine tolle Staffel, muss ich zugeben. Also die hat mir sehr gut gefallen. Von der Intensität her, von der Storyline her auch. Ich sag mal nur so ein, zwei Sachen habe ich ja immer nur so bemängelt, sage ich mal. Aber ich sag mal, das gehört auch zu so einer normalen Reaction dazu. Ansonsten hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich hoffe, euch hat die Serie auch gefallen. Schreibt gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Also mein Lieblingspart zum Schluss ist halt einfach Maximus und Becker. Also so von Anfang an war ich so Fan von den beiden. Gerade so von Bene, der den Maximus verkörpert hat. Also so wirklich mein absoluter Lieblingscharakter. Und tatsächlich muss man sagen, hat Lennart dann doch noch was Gutes getan. Obwohl er dann nicht mit Becker mehr zusammen ist, hat er den aber das Leben gerettet. Kann man sagen. Und Massimo will mit Stu und Stella in einer Dreiecksbeziehung sein. Okay. Hier bin ich gespannt, was die geplant haben. Vielleicht so Staffel 4 mäßig. Oder was noch so Richtung Villa der Liebe kommt. Bin ich sehr gespannt. Und ja, ansonsten. Meine lieben Freunde. Meine liebe Topfamilie. Was ist das mit dieser Serie? Also für mich ist es jetzt tatsächlich Punkt 15.30 Uhr. Und ich werde jetzt gleich Kassklassenfahrt für mich schauen. Und ihr werdet jetzt denken, hey Kassklassenfahrt, wir haben das schon vorhin gesehen. Ja, ja, ihr wisst ja aber hier alles vorproduziert. Und ich glaube von der Rechnung her, lasst ihr mich mal kurz rechnen, dürfte jetzt am Montag letzte Folge Kassklassenfahrt kommen. Gestern kam für euch die vorletzte, morgen kam für euch die, äh, übermorgen kommt für euch die letzte. Von daher, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Habt ein schönes Wochenende, habt noch einen schönen Tag. Und, ähm, ja, ihr wisst was zu tun ist. Zeigt mir doch sehr gerne mit einem Daumen nach oben, dass euch dieses Video gefallen hat. Vergisst du, du, du und auch du nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und werde so Teil der Topfamilie. Tolle Serie, hat mir sehr gut gefallen. Und, ja, und mir bleibt nichts weiter mehr zu sagen als Anpfiff, abpfiff, tor. Ciao, liebe Topfamilie, bis zum nächsten Mal, haut rein. Und tschüss.